Wie ist der Wind? Wir haben bis morgen eigentlich noch diesen Südwind und ab morgen soll laut Wetter-App dann wieder der Wind jetzt aus dem Norden kommen. So ist das vorhergesagt und eigentlich hat man für heute auch ein bisschen Regen angesagt, aber das ist für die Kanaren generell allgemein und es wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle dann auch regnen. So also kein Sand fliegen an den Dünen, da kann man dann einigermaßen gut laufen. Und jetzt schauen wir uns das andere Wettergeschehen hier an. Hier hängen doch die Wolken ziemlich tief, mehr oder weniger hell, bis, ja, ihr seht selber, doch kräftiger Wind an der Palme, sieht man es da. So, und da es morgen ja wieder an den Faro am Leuchtturm geht, dann heute hier. Dazu sei noch zu erwähnen, heute Morgen gab es ja ein schönes Erklärungsvideo St. Bartholome und die Strände von der Antje. Hier ist der Plan B, ein Teil, damit ihr seht, wie das aussieht, kann jeder sich selber speichern, runterladen oder ausdrucken. Und, ja, auf dem 360 Grad Kanal, da gibt es oder gab es heute ein Video von der Wasserseite den Strand aufgenommen. Ganz interessant. So, und wir fahren jetzt hier erstmal Richtung Playa de Ingles, Sita, schauen, ob ein paar Kiter unterwegs sind. Beim Santa Monica, da ist es immer interessant, der Wind müsste ja heute eigentlich ausreichend sein. Und, um in die Sita zu kommen, muss man heute einen kleinen Umweg gehen oder fahren, je nachdem, ob ihr unterwegs seid, zu Fuß oder mit dem Auto. Ja, ich habe hier geparkt und jetzt geht es zu Fuß, denn das hat seinen Grund, nicht, dass die Sita gesperrt ist. Nein, es ist ganz einfach, Teerarbeiten, Straßenrenovierungen sind angesagt. Und hinter mir ist die Kairoma und da gehen wir nachher nochmal hin. Jetzt schauen wir uns erstmal hier an, wie das vonstatten geht. Ja, und diesen Gummibaum hier, das ist ein Wunder der Natur. Schaut euch das an, wie schön. Die Teerarbeiten sind fertig, aber die Straßenmarkierungen noch nicht. Da sind sie gerade dran. Also, so eine Ruhe hier auf der Straße gibt es selten. Im Moment hier kein Durchgangsverkehr. Auch vorne nicht, am Kreisel nicht. Da wird, und rechts auch, bis zum Reikalus, wird auch geteert, beziehungsweise, da seht ihr noch die Maschine. Und es riecht nach Asphalt. Das ist ja kein Teer, ne? Das ist ja irgendwas anderes. Da gab es beim letzten Jahr einen Kritikpunkt, da ich gesagt habe, die Straße wird geteert. Ja, dann ein bisschen unterwegs. Mikro passt, Kamera passt. Dann geht es langsam hier, eine der bekanntesten Straßen Kairoma. Hier gibt es schöne Apartments und wunderschöne Häuser. Club Canario hier auf der linken Seite. Schöne Apartments, schön breite Apartments, keine langen Schläuche, schön breit, schön großen Balkon, wo man richtig Platz hat zum Sitzen. Schönes Café unten drin. Hier auf der anderen Seite ist Paraguay. Club Canario, da kann man sich auch informieren und kann dann auch mal Apartments sehen und mieten. Paraguay dann hier, Costa Rica. Bogota. Auch hier frisch geteert, das ist schon mal richtig gut. Alcoiris 4 haben wir hier, da ist der 3er. So, und hier geht es direkt zum Strand, zum Parkplatz. Eigentlich wollte ich ja da hinfahren, das geht aber nicht, wegen der Teer und Teerarbeiten. Don Palomón. Ja, soweit ich das beurteilen kann, haben die gute Arbeit geleistet hier, die Männer vom Straßenbau. Und wir sind die ersten, die hier fahren. Aber eine kleine Abstecher zum Wasser muss sein. Ja, ganz schön viel Wind hier, doch, das ist nicht sehr angenehm. Und das mit den Regen, Wolken oder dem Regen, kann man sich gut vorstellen, dass es doch an der einen oder anderen Stelle schon regnet. Heute haben wir ja vor, zum Monte Carlo die Anlage zu gehen und sind da eingeladen von der Inge, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Mal sehen, ob es funktioniert, ob es klappt. Und ob wir denn auch mit den Wolken überhaupt einen Sonnenuntergang erleben können. Vorbereitet sind wir. Und jetzt schauen wir erstmal hier Richtung Dünen. Wir sind hier genau gegenüber vom Café Mozart. Und da ist schon wieder Tanzstimmung, gute Laune, Musik. Ich sehe keine Segel, also das ist der Wind aus der verkehrten Richtung. Also heißt es, keine Kaider unterwegs. Das Meer ist auch richtig glatt. Schaut euch das an wie ein Spiegel. Ja, und jetzt hier der Blick über die Dünen. Nochmal hier Richtung St. Augustin. So sieht das aus. Da sind noch weniger Wolken in diese Richtung. Ja, wir sind hier an der Kaie Milan. So, und die ein oder andere können sich dann eben auch beruhigt jetzt wieder hier niederlassen. Wenn die Fahrbahnmarkierungen fertig sind, dann kann man auch wieder alle Zufahrten nutzen. Aber es wird in den nächsten Tagen an einigen Stellen immer noch zu Verzögerungen kommen. Weiter geht's. Weiter geht's. Atlantic Sun Beach. Copacabana hier. Sandra. Ecuador. Ja, alles bekannte Namen. Viele von euch, die hier schon oft über Nacht haben. So, jetzt sind wir den Kreis rund gefahren. Und hier ist Ende. Also, ihr seht, hier sind die Fahrbahnmarkierungen im vollen Gange. Hier riecht's auch nach Farbe. Oh, ist das Zeit geworden. Ist das jetzt schön, hier zu fahren. Ja. Philippin. Bei, bis nicht. Und hier au contestat. Oh, verdient. Von Verrasch. Du bist, die Laboratory. Wie ist heute verabschied. Pätsch. Wache. Badier. おtert. So, hier ist Schluss mit dem neuen Asphalt, hier ist das alte wieder. So, wir kommen jetzt Richtung Avenida Tirachana. So, wir kommen jetzt zum nächsten Mal. Ja, hier ist dementsprechend mehr los, weil der Verkehr umgeleitet wird. So, wir kommen jetzt zum nächsten Mal. So, jetzt schauen wir uns die Seite nochmal von der Seite an. Okay. 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 Wie haben wir hier gefahren. Ich verstehe es nicht, tut mir leid. So und dann kommen wir wieder zum anfang, nämlich gleich sind wir an unserem Aussichtspunkt wieder. Und dieses Stück wird jetzt die Tage neu gedeckt. Also hier aufpassen mit dem Parken, ich sage jetzt hier an dieser Stelle hasta luego, macht's gut und bis zum nächsten Mal unterwegs, Harry Wetter, Realität, was auch immer. Hasta luego. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.